Willkommen bei der Suite Success Demonstration des Lead to Quote Prozesses von NetSuite. In dieser Demonstration werden Leads erstellt und verwaltet, Interessenten verwaltet, Angebote erstellt und Angebote in Aufträge umgewandelt. Dies ist mein Dashboard, welches spezifisch für die Rolle Vertrieb vorkonfiguriert ist. Es enthält Erinnerungen, Shortcuts und signifikante Kennziffern, die für die Ausführung meiner Arbeit erforderlich sind. Von ihr aus habe ich KPIs, die Echtzeiteinblick in sowohl neue Geschäfte geben, den Umsatz als auch Forderungen. Mein Dashboard bietet eine Übersicht über Vertriebsaktivitäten im Trendverlauf. Ich kann schnell Leads, kürzliche Verkaufsaktivitäten und zum Beispiel Anrufe, die überfällig sind, anzeigen. Ich werde damit beginnen, einen neuen Lead zu erstellen. Beachten Sie, dass Leads manuell eingegeben werden können, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Sie können sie auch importieren oder sich sogar über Ihre Webseite registrieren lassen. Stellen Sie sicher, dass Informationen hinsichtlich der Kundenbezeichnung oder des Firmennamens verfügbar sind. Leads können für einzelne Verbraucher oder Firmen erstellt werden und Informationen wie E-Mail, Telefon, Verkaufsvertreter und Leadquelle sowie Branche, Angestelltenanzahl und Jahresumsatz enthalten für die Verfolgung von Kennzahlen. Diese Informationen sind zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend notwendig, um den Prozess vorzusetzen. Es gibt zwei Standardzustände für Leads, Qualified und Unqualified, die über dieses Dropdown-Menü auf dem Lead platziert werden können. Die Analyse der Leadqualifikation kann auf der Unterregisterkarte Umsatzerlöse verfolgt werden. Auf der Unterregisterkarte Beziehungen können mehrere Kontakte gespeichert werden. Auf der Unterregisterkarte Kommunikation können Sie Telefonanrufe, Aufgaben und Ereignisse für die Nachverfolgung hinzufügen, sowie alle erforderlichen unterstützenden Dokumente unter der Unterregisterkarte Dateien anhängen. Sobald der Lead qualifiziert ist, verfügen wir über mehrere sofort einsatzbereite Entwicklungsphasen hinsichtlich Ihres Interessenten, in denen Sie Einblick in Ihren Auftragsbestand erhalten. Ich fülle die erforderlichen Felder aus, damit wir die Verkaufschance als Interessent Proposal definieren können. Anschließend wollen wir ein Angebot erstellen, indem wir den Lead bearbeiten und über das Dropdown-Menü die Angebotsphase auswählen. Sie werden feststellen, dass unser Fenster jetzt statt einem Lead einen Interessenten abbildet. Um ein Kundenangebot für unseren Interessenten zu erstellen, klicken wir auf dieses Symbol und wählen Angebot. Beachten Sie, dass das Unternehmen und der Vertriebsmitarbeiter ohne doppelten Aufwand in dieser Ansicht übernommen wurden. Im Abschnitt Verkaufsinformationen können Sie die erforderlichen Serviceartikel hinzufügen, die mit dem Kostenvoranschlag verknüpft sind. Wir werden den Serviceartikel Consulting auswählen. Den Preis, den wir sehen, ist der Standard. Sie können diesen Preis jedoch entsprechend der verfügbaren Preisstufen ändern, die im Artikeldatensatz festgelegt sind. Nachdem das Angebot gespeichert wurde, können Sie mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche einen Kundenauftrag erstellen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Demonstration angesehen haben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020